so wir kommen hier zurück zu raster wir gehen bisschen raus looten wir müssen noch bisschen tiere töten ja hallo wir müssen wir brauchen noch tierfett ein bisschen und dann machen wir noch eine kleine runde für mich ist das letzte runde du wärst dann offline die basis nach ein bisschen erweitern du hast über 30.000 stein und da hat ein bisschen was zu tun nur keine zeit ja ich auch nicht ich muss eigentlich schon längst schlafen aber wir machen jetzt noch mal die runde so spannen den bogen mal die tür auf und tag und tag und tag kommen sie raus wir brauchen ja links rum ja genau ich würde sagen stein rechts aber wir brauchen kein brauchen wir nicht so voll reicht kannst du auch deinen kürbis nehmen aber warte ich will mal trinken ich bin voll ich noch nicht so tiere sind immer am komm mal bitte mit naja dann geh vor das glaube ich besser ja komm mal mit naja lauf noch wir müssen auch in den clan das machen wir morgen mit den clan geht ja heute irgendwie nicht egal ein tier würde ja schon reichen eisen nehmen wir gleich auf dem rückweg aber mit ne da ist der erste nee quatsch und jetzt müssen wir hier hoch da ist ein hirsch ja gut hirsch ist zu schnell schwein oder bär ja also schweine sind hier auf der ecke gewesen am strand ja das ist aber schon ein bisschen her die sind jetzt davon ist ja eins ich habe nichts gesagt noch nicht schießen noch nicht noch nicht noch nicht hast du ja ja dann lass mich ran wenn du nicht hast hast du auch gleich zurück oder und doch an ob es reicht wir brauchen noch stoff sonst können wir kein werkzeug mitgenommen ja das mal zurück ist wichtig dann gehen wir gleich noch mal los ja weil hier ist ganz viel eisien gebraucht noch viel eisen damit ich habe kein werkzeug mitgenommen ich auch nicht wüsste nur dass hier schweine sind wenn jetzt auch nur eins ist ja nicht so weit jetzt zurück kommt schon wieder ein airdrop jedenfalls ein pflugzeug ja das sind die nachzügler die mit ihren geschenken kann man da mal ein bisschen klauen vielleicht oder wo denn wo ist das flugzeug kommt hier von links ja dann wissen wir wo die gebaut haben deswegen interessiert ich guck dir ab da hinten irgendwas runter ja guck mal wo der herr und da geht gar zu weit weg okay da hat er gebaut gut da hat er gebaut genau da irgendwo am arsch der welt so wo ist denn hier unsere base weiter rechts da hinten steht sie dick und breit hier kommt fünf leute nein habe ich doch so gesagt wirst du machen vor beiden füßen muss mich aber auch mann 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 du wirst lachen ich kann zwei stück machen ich drehe durch ist das geil ist ja mal zwei ein schwein mal zwei anscheinend ja zwei stück zwei öfen und dann kräftest du jetzt schon oder ja dann gehen wir gleich noch mal raus sorry aber das muss ja gemacht werden können nicht immer hier motto und totschlag zeigen das geht ja nicht das gehört auch dazu kräften und so gedönsel und dann machst du bitte mal werkzeug für uns das einfache werkzeug weil ich möchte mit dem guten jetzt raus weil wir es noch nicht gelernt haben einfach nur spitzhacke soll das zweimal supply noch aber das machen wir also holz brauchen wir nicht wir brauchen nur die spitzhacken warum kann ich mache ich denn da ich weiß immer weg ja ich mache eigentlich mit mittlere maustaste und dann kann man auch teilen oder nicht ja ja das packt ein bisschen warum ich kann nicht direkt rüber ziehen so einfache werkzeug also nur die spitzhacke für eisen ich habe beides gemacht hast du verbände ich habe gerade keine zeit weil ich gerade den Ofengefülle Sekunde äh guck gleich mal du Verbände raus packen wir das essen denn mal rein wo ist denn überhaupt da packt bei mir komisch jetzt brauche ich auch ja automatisch ach so alles voll warum alles voll was alles voll ach die zwei essen kann ich mitnehmen na die kisten sind dann wieder alle voll so wenn du anhast dann sag mal wie viele Verbände du hast verbände habe ich 0 dann macht ihr welche und werkzeuglich da jawohl holz einmal dit Verbände wo ist denn Stoff da absolut ja ja mach mal bitte auf ja mach da jetzt extra nicht ja es kann sein dass du mal über die tür aufmachen müsste ja wo lang entscheide du was wollten wir jetzt also wo wir eben waren da mal ganz viel reisen eisen 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 also von unserer base ja geradeaus gehen kommen wir ja immer ins wasser und dabei die base also da ist ja eine base da ist auch der airdrop das sind ja auch da müssen wir gucken was müssen wir da kommen da müssen wir gucken wer da wohnt ob da eine alleine wohnt ob da eine gruppe wohnt da gehen wir dann noch mal gucken gleich eventuell aber nicht wenn ich das eisen mittag ne hier ist eisen ja ich weiß warum laufe ich hier hin hier ist eisen das ist mein freund du passt auf das ist ein bisschen holz weiter komm 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 oben links ist auch eisen ne ja da rum komm ne da ist kein eisen unten war eisen oben links ist eisen nein das ist das grüne schwefel also ganz rechts und links nicht unterscheiden und farbenblick ist auch noch ok ich sehe sowieso nie was also dafür bist du vergesslich dafür bin ich vergesslich ok so wo war das jetzt eben hier ist ein eisen und da ist ein eisen einer rechts einer links oder du passt auf mir wurscht passt du auf passt du auf ja ja ich sieh sowieso kein eisen tack ach so hier du sollst aufpassen ich hacke du siehst besser als ich du siehst besser du siehst besser ich zieh gar nix ich höre noch was das war's wo bist du hinter dir da versteckt hinterm stein ich dachte ich habe gerade was gehört so gar nix da los ok weiter da hinten ist noch weg und vor euch und auf wollen wir auch schon ein bisschen schwefel mitnehmen ich wollte gerade sagen ich werde jetzt auch schwefel mitnehmen weil wegen munition wenn es nur für die pistolen munition schon mal ist ne wir haben jetzt öfen drei stück er macht mal den ordentlich macht hier oben aber die evil chickens hier zwei stück sogar ach du scheiße ja pass auf wenn ich anfah jetzt nur töten die armen schicken du bringst doch alles um also du bist richtig hier akko ja ja akkomi das geht gar nicht ja ist von oben hier kommst du mit ja gucken wir mal irgendwas sehen oder so können wir gleich so links rum und dann lassen die base links ja aufschreiben moment wo ist denn das ein bisschen näher ran er 17 auf der ecke um ecke warte er 17 oben da den eisen sehen so das eisen ja einfach hin links links unten gehst du dahin da pass ich auf hier oben geradeaus nur jetzt siehst du ja okay nehmen wir den stoff mit wir haben nicht viel stoff holztürren er hat anscheinend auch die probleme oder die base schnell gebaut ist offline gegangen das ist natürlich gern wenn er dann noch die geschenke drin hat doppelläufig schockern kommen wir da rein also mit packern kommst du ja ich gucke ob ich da unten nicht schwefel mal mitnehmen ja geh mal hin ich euch mal wieder aber aktiv ist okay ich will mal schwefel anscheinend keine läuft der hat kein bauschrank drin doch aber ist angeschlagen hier ein bauschrank doch ist ein bauschrank drin aber die die jetzt mauerwerk ist angeschlagen hatte vielleicht zu lange gewartet aber bauschrank ist drin ja es bestimmt farmen für tiere oder weit auch wegen ofen oder kommst du nach oben ja okay das so sagen kann doch einer kann auch der hausbesitzer sein da sie ist ja was angeschlagen holztür ist schnell auf wir kriegen jetzt ja da kann aber dahinter noch eine eisentür sein es sind dreiecks ist ja kann muss aber nicht muss nicht wenn natürlich die ganzen geschenke da drin hatten normalzeit wenn man groß mal zeit hier ist allerdings genau sind schon er fehlt achte schande läuft irgendwas wenn du da und du können ja auch nicht loot sammeln und dann kommen die tage ja reden oder ganze von des dings ja eisen haben wohl ich würden die holztür aufkriegen ein wir haben nur zwar nur eine pump kann aber die haben noch nicht erforscht da möchte ich da auch nicht mit rauslaufen nicht unbedingt die will schon gerne deswegen ja geiler wie die doppelläufige oder wie wenn wir jetzt kräften könnten gesagt und aber naja egal so wo bist und hier müssen wir hin links gehen wir mal nach hause gleich wo willst du jetzt holen holz holen wir müssen noch holz mitnehmen ja wir haben doch genug sicher war da so viel holz in den ofen dass er brennen werden 30.000 holz ok dann haben wir genug ok wir hatten ich weiß nicht ab da noch genug holz ist möchte auch noch bauen denk dran brauchst du wieder ab gerade ja ok ja sicherheitshalber bisschen holz pass du mal auf da da aber keiner kommt ne pass ich auf ok ist er in einem luden oder was nö ne die sind bestimmt alle am bauen bin hier links am stein warte lauf nicht so weit vor ich dachte wo bist du hier hier ok ich sehe dich holz holen 2000 holz du musst dich schon entscheiden wo lang ja nicht so zigzag laufen ich guck mal wo du bist ich lauf du mal ruhig vor jetzt nicht groß muten gehen da durch das eisen schon nach hause bringen na looten ist egal erstmal base ausbauen wir laufen erst mal zurück ja zwar kein getroffen bis jetzt kann rastler aber wir hatten ja schon ein bisschen action unsere nerven lagen ja schon genug lang ja alles ein bisschen jetzt komm ich langsam runter auch ist das schon lange länger wo hier ist noch stein 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 da links ist nicht egal erstmal rein erst mal rein erst mal rein obwohl bei deinem blut glücke mal glück schweife kannst du ja mit den türen musst du gucken wie kannst du die tür ich glaube das ist jetzt schon alles fertig für die türen ja klar klar ich mache gerade schon eine tür wird er wieder dunkel hat ist er passend ich habe zwei türen auftrag ich habe eine macht drei kurzschlosser hat es ja auch schon zwei ja ja ich habe hier irgendwo einfach da sind so kommen wir schon so auch 5000 holz jetzt in der 7000 holz drin hier ist die tür noch dann öffne mal bitte hier ist noch schwefel warte mach den schrank das müssen wir auch noch machen sonst kommst du ja nicht ja kannst du ja nachher nochmal in den ofen packen wenn das andere alles fertig ist ach was mach ich denn da ach 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 das ist alles in den ja das schloss weg ist richtig führen wird so eine tür sagen dann hier noch zu vor allem für bausten und so auf jeden fall immer feierabend also noch mal eine runde also heute nicht mehr okay du wirst ja auf jeden fall machst du noch ein bisschen weiter jana obwohl ich nicht wollte aber das ganze stein weg ja ich würde hier aus ja ich muss ja gleichzeitig raus ich hätte das noch geholfen ist weil jetzt schon viele nach zwölf ich muss jetzt echt schlafen ja ich müsste aber das 30.000 stein was wir da haben das muss ja schon noch verarbeitet werden du kannst so schnell bauen ist auch ruhig jetzt war ja keiner mehr da ich denke mal da wird auch keiner kommen ja ich nehme ja nicht immer alles mit raus sollte man mich erschießen dann kriegen sie ein bisschen was ich gehe mal weiß nur ein bisschen raus wir wollten ja okay du kannst ja du weißt ja hier wenn du raus gehst direkt geradeaus wo der erdropf holen war da ist ja eine basis direkt am wasser da kann es ja noch mal gucken wir da so rum hantiert eventuell noch zeit hatte lust hast und schatze da habe ich keine lust und auch keine zeit für nicht machen wir das morgen ist doch kein problem machen wir das morgen sonst sollte nicht mehr ich werde noch was bauen und das war's so noch spionieren können oder lock ich aus also mal feierabend ja muss sache die 30.000 stein müssen noch weg oder ich bleibe noch da und hälfte beim bauen aber du bist ja alleine bauen sagst du ja ja das mal schon okay dann log ich auch zum ende mit der aufnahme hier ist doch dunkel wiedersehen so leute ja danke fürs einschalten bis zur nächsten folge seid gespannt ich bin auch gespannt wie ich morgen ein lockt ob ich die basis geradet wurde oder nicht vielleicht ja auch nicht vielleicht ist auch wieder alles weg und wir fangen wieder von vorne an man weiß es nicht nein bitte nicht so naja feiern bis dann tschüss